Applaus Auch hier möchte ich im Namen der Ratschönes Estensmatte und Schänzer recht herzlich zu diesem 25-Jährigen Jubiläum gratulieren. Es hat uns sehr gefreut, dass wir uns mitgeladen worden sind und auch hier dürfen Sie von dieser illustren Runde heute Abend. Und mit euch zusammen dürfen Sie über die Hochzeit feiern. Heute Abend ist ein Mittwoch der 1 oder das 1. Juliang, das wir dürfen haben. Aber morgen haben wir jetzt über euch weiter 20 Jahre Gugertreffen. Ein Fest, das jeder über dich angestrichen hat in der FAS-18-Agenda. Auch für das hätten wir euch bereit sitzen. Viel Kraft und Erfolg wünschen, damit ihr auch die nächsten 20 Jahre das Gugertreffen durchführen dürft. Denn damit könnt ihr eure Kassen und wir uns weiterhin die Lampe füllen. Natürlich nicht schlecht ist. Gut, jetzt habt ihr gesehen, wir haben ja schon eine kleine Aufstellung gemacht mit unserer Kleinformation sozusagen. Und die Idee dahinter ist eigentlich folgende. Stell euch vor, es ist Escher-Mittwoch am Morgen. Sagen wir Nachmittag. Und es geht langsam auf. Wandelt irgendwie in die Dusche, um noch die nächste Milch zu sich zu waschen. Und werdet dann so zu Wasser auf euch runtergeprasstet. Und die FAS-19 langsam lasst ihr euch passieren. Und während ihr das zu machen, dann kommt natürlich ein Haufen Zeugen drin, die ihr mit der eigenen Guggenmusik erlebt habt. Die Stücke, die ihr gespürtet habt. Das Gewände, die ihr angekommen habt. Die Schweste, die ihr organisiert habt. Aber das ist nur eine Töre, die FAS-19 zu dem macht. Und wo schliesslich in Erinnerung bleibt. Ein Haufen andere Sachen erlebt man nämlich durch die anderen Guggenmusiker. Seid das Wände, die die andere Guggenmusiker haben. Das Fest, das sie organisiert haben. Oder eben Stücke, die sie gespielt haben. Und auf das geht in mir jetzt raus. Ihr wollt euch gerne ein Medley spielen. Ein Medley mit Jungstränzenstücken aus den letzten 10-12 Jahren. Stücke, eine Auswahl, wo wir Rattenschwänze-Mitglieder getroffen haben. Stücke, die uns besonders berührt haben. Die uns besonders gefallen haben. Die wir besonders damit verbinden. Die wir einfach selber voll gerne haben. Wuhuuu! 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 Merci für die Einladung. Auf noch eine Haufe tolle Fasnachten zu sehen. Morgen viel Erfolg und einen ganz schönen Abend. Wir nehmen aber noch ein Werschen. Bravo! Wuhuuu! 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 Musik 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 Das war's. 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 Das war's.